so meine Damen und Herren willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von natürlich Minecraft wir sind jetzt hier wieder bei uns oben auf unserer eigenen Ebenen auf unserem Haus ja wir haben noch die Hühner vergessen wir haben auch noch Brot hier also Weizen ja jetzt noch nicht liebe Hühnchen ich habe einen Eltraum gehabt das kann ich eigentlich meiner Freundin schreiben und ich habe beträumt sie hat mein Mäuschen reingelassen eigentlich war mir alle daran schuld so na guck mal wer 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 eigentlich auch noch nicht so na Tinti möchtest du überhaupt noch leben so Hühnchen ich komme die reagieren ziemlich weit schon 1 2 1 2 1 2 und 2 dann haben wir gerade schon gesehen dass ich ja eigentlich wir könnten eigentlich auch hier so einen Eingang machen so in die Ecke das können wir eigentlich auch machen das wäre bestimmt auch ziemlich geil wenn wir das hinkriegen WAS WHAT 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 ALTER WAS vor irgendwie weit das alles gespritzt hat was WAS alles klar alles klar warum auch nicht was was Leck was 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 von was war wo wo gespringt Och ne Wie weit So, hier machen wir noch das weg Auch wenn das nicht so war Och ne Machen wir es zurück Ja, das Kinderchen ist ja auch ein Haufen Reingesprung Ey ne Ich hasse die Creeper Die möchte ich jetzt bloß mal verwerfen Ja So Aber was kann denn jetzt so gerade weg Ja, eigentlich ist das Ding Scheiß Krieger Sieht auch nicht schön aus eigentlich Müssen wir uns auch noch was einfallen lassen Und schon ist eigentlich der Part wieder vorbei Will ich meinen Ne Eigentlich nicht Ja, nee Wir haben noch Theoretisch Zeit Das kriegen wir noch hin Weil Weil ich eine Nachricht von uns bekommen habe Und von der Zeit Möbel ausgehe Och Leck mir noch ein Morgel So Werden wir hier alles aus Cleanstone machen Den Boden werden wir Ja, in den Pyxern lassen Genau Das heißt Wir werden in die Richtung gar nicht mehr weiter gehen Weil ja der Eingang Der ist ja Der ist da lang Okay, also in die Richtung Können wir noch gehen Sehr gut Wenn sie hat mitgedacht Einmal Weil die Brumme Das ist beklemmend Die muss noch an die Etage Weg Es kriegt ihn richtig auf Mit dem Scheiß Die war gerade Noch pass mich ja weg Die Frage ist jetzt Lass ich das jetzt so Oder Warte, mit der Kante Mache ich mir irgendwie so So ein Dingssichtete hoch Kann also hier hin Ja, was ist denn drin? Bäh Ach Achsin Komm, willst du die Ja, meine Nachricht Komm, Mann Die ich gebraucht habe So Das werden wir nicht mal kurz Zurückschreiben So Bei mir Sowas wird nie rausgeschlafen Äh Rausgeschlafen Rausgeschnitten Ähm Weil Ich finde es Normal Ich finde es normal mal jemand zu schreiben Ähm und es ist auch nicht gleich eine Sucht wie vielleicht einige sagen würden Wenn man mal ein Handy geht Schreibt oder gleich schreiben muss Das ist in meinen Augen nicht gleich eine richtige Sucht, es ist, kann man eine Höflichkeit nehmen Ne, weil ein Kumpel von mir, der, ähm, schreibt, also, der schreibt dir, man schreibt zurück und sofort in die Weg, wenn die aus, äh, die Neue geht niemals an und drei Stunden später nicht so, nicht so, und ich muss mal sagen, ich finde es sowas finde ich richtig unhöflich, richtig wees. Weil man wartet irgendwie auf eine bestimmte Nachricht und dann, ähm, dann, so, ne, äh, ich finde es nicht gerade höflich. Kann hier auch was hin, oh, ich kriege das hin, oder? Jo, nice, sehr gut. Nur was für ganz hinten auch, entscheiden noch, wie ich das mache. Gut, wir werden ja auch irgendwann mal das Handy-Ebene noch wegbauen, deswegen, das geht ruhig, jetzt, musste ich eigentlich nie so klein. Boah, bin ich krank. Ähm. Ah, du musst auch die oberste Decke dort noch weg. Weil siehst ja auch hässlich aus. Waaah, ey, das ist ja noch so viel Arbeit hier. Mit so viel Arbeit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, es war klar, dass das passiert. Ähm, Stein, Stein. Oh, nee, falsch. Oh, schon voll. Ähm. Schauen wir mal kurz hoch. Oh, es ist nachts. Stimmt, die Tür reinsetzt, auch wenn sie falsch rum ist. Oh, scheiß Kippa. Für 13 Level gab's. Na gut, dann ist es so. Leute, ich würde einfach mal sagen, was ist heute schon? Ich muss mir noch als erstes mal rein nichts haben. Wenn ich den Rennspot vernicke, und wenn ich den Daumen runter schreibe, in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt, also auch nicht. Ich sehe gerade, ich habe noch Zäune da, die werden wir schon mal mit runternehmen noch. Und hier noch schnell draufsetzen. Und dann können wir, ach komm, wir bauen das hier noch schnell ab. Hast du dir keinen weh, wenn wir noch zwei Minuten länger machen? Doch, eigentlich schon. Meine Statistik. Ja, meine Statistik tut's mir. Zäge können wir mir dann später auch so eine Klostern scheiße vorstellen. Guck mal, kriege ich das irgendwie hin. Nee. Judy, dann war's das. Dann bis zum nächsten Mal, sagt der Münzi. Ciao, ciao.